Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Dann nützt auch all das frühe Aufstehen nicht, um der Hitze zu entkommen. Wenn die Technik nicht will, ist man machtlos. Es wird heute ein bisschen später mit dem Wochenendvideo, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten, denn ich habe es vorbereitet. Und ihr seht hier die Projekte, die kennt ihr alle schon, die habe ich in den letzten Wochen mit euch gebastelt. Das ist so ein bisschen das Thema Scrapbooking, ein paar Deko-Elemente, hier der große Traumfänger, den ich mal aus dem Bild nehme. Dann kommt hier nämlich das kleine Mini-Album zum Vorschein von Seattle. Habe ich euch alles gezeigt, verlinke ich euch in der Infobox. Also guckt gerne mal unten in die Infobox, da habe ich euch ganz viel aufgelistet. Ich lebe heute auch gesund. Ach ja, es ist warm. Urlaub, das große Thema. Einige von euch haben ihren Urlaub schon hinter sich, so wie ich leider. Und andere haben ihn noch vor sich. Manche sind auch noch mittendrin. Aber das Schöne am Urlaub ist, auch immer ein bisschen die Erinnerung wach zu halten. Und das sind so ein paar Ideen, wie man Erinnerungsfotos verscrappen kann. Und um da immer mal wieder durchzublättern. Wir leben alle im digitalen Zeitalter, aber nichts geht über so ein Fotoalbum. Ich blätter da selbst auch mal gerne nochmal durch. Das große, das zentrale Element solcher Bastelideen sind natürlich immer Fotos. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ich mit meinen Fotodruckern Fotos ausdrucke. So ist ja dieses ausgedruckt. Aber dieses zum Beispiel habe ich mit meinem normalen Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Und ich habe euch versprochen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, zeige ich euch, wie ich das mache. Ist nämlich gar nicht schwer. Und dazu habe ich heute dieses Layout gebastelt. Und ihr seht, das im Hintergrund ist kein Designerpapier, sondern das ist auch ein Foto, was ich mit meinem A3-Drucker ausgedruckt habe. Nicht ganz auf 30,5 Zentimeter, sondern nur auf die normale DIN A3-Breite. Aber aufgeklebt auf dem Bogen 12x12 Flüsterweiß. Und schon habt ihr einen perfekten Hintergrund, den ihr weiter verscrappen könnt. Dieses Foto ist so trübe, weil es nämlich neblig war an dem Tag. Und ich habe hier noch kleine Fotos dazu gesetzt. Die Idee, das so zu machen, die habe ich von Dani Poise. Und ich gedacht, Mensch, da muss man erstmal drauf kommen. Und genau das habe ich heute für euch aufbereitet. Gleich im Anschluss habe ich euch mal aufbereitet, wie ich Bilder ablege auf meinem Rechner, dass ich sie auch wiederfinde, wie ich sie bearbeite. Und vor allen Dingen, wie ich sie ausdrucke mit meinem Tintenstrahldrucker auf DIN A4. Da könnt ihr dann nämlich beispielsweise so einen ganzen Bogen quadratische Bilder für beispielsweise so ein Mini-Album euch ausdrucken. Es ist ganz einfach. Oder aber auch im Rechteckformat. Das ist jetzt hier leider Gottes ein Fehldruck. Und das könnt ihr euch dann ausschneiden. Auch das zeige ich euch, wie man das macht. Wie man diesen weißen Rand hinbekommt. Und schaut auch mal in die Infobox. Da habe ich euch meinen Papierschneider dafür verlinkt. Ich habe euch die Fotopapiere verlinkt und die Drucker, die ich benutze. Und wie ich das gemacht habe, also diese verschiedenen großen Fotos, wie ihr das auch ganz einfach machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt gehen wir hier von meinem Basteltisch weg. Und ich klicke euch gleich wieder an, wenn wir an meinem PC sitzen. Und dann machen wir da weiter. An dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss. Und bis gleich. So, da sind wir jetzt an meinem PC. Das ist mal eine ganz andere Perspektive, was ihr hier seht. Ich hoffe, mein PC schnauft nicht so sehr. Es ist heiß. Ich mache das jetzt auch schon das zweite Mal. Das erste Mal stimmt ein Spur und Ton nicht überein. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Ja, mein Bildschirm und ich sagte ja, Bilder drucken, Bildbearbeitung, das setzt sich bei mir in drei Schritten zusammen. Und zwar Bildorganisation, Bildstruktur. Also, wie lege ich Bilder ab? Wie bearbeite ich sie und wie drucke ich sie? Das wird heute also vielleicht auch ein bisschen längeres Video. Kurz dazu, wie wir uns organisieren. Wir sind noch dabei, das richtige System für uns zu finden. Wir müssen ja hier zwei Personen übereinander bringen. Was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir auf einer Cloud-Lösung bei OneDrive unsere Daten ablegen. Bilder, Videos, alles Mögliche, worauf wir auch unterwegs zugreifen wollen. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Rechnern. Also, wir haben zu Hause jeder einen Laptop. Ich habe da nochmal meinen Arbeitslaptop. Ich habe hier im Büro auch nochmal einen Rechner stehen. Und wir wollen natürlich auch unterwegs von unseren Handys mal darauf zugreifen wollen, weil wir darauf auch immer nochmal unsere Ausweiskopien und Reisedokumente abgelegt haben, damit, wenn wir im Ausland sind und uns irgendwas abhanden kommt, dass wir das dann hinterlegen können. Aber wir legen natürlich auch unsere Bilder ab. Ihr seht hier so unsere Ordnerstruktur. Das sind nur die Ordner, die ich mir für die Ansicht freigeschaltet habe beziehungsweise angelegt habe. Ich habe hier oben meinen PSC, also meinen Pinselschere-Ko-Ordner. Da ist alles Mögliche für den Blog und für mein Team und sowas abgelegt. Und wir haben natürlich auch Bilder. Und da sind wir jetzt noch nicht so ganz auf einer Struktur abgelegt. Wir haben hier einen Bilderordner. Wir haben aber zum Beispiel auch hier Griechenland und griechische Inseln. Da sind auch die Videodateien hinterlegt. Wir nehmen uns... Und wir haben hier, hier hinten... Nee, Quatsch, hier. Das ist nochmal hier, weil ich mich gerade im Büro befinde. Ich habe hier nochmal ein Nasslaufwerk. Und wir haben auch nochmal ein separates Nasslaufwerk. Also wir sichern uns immer doppelt und dreifach ab. Und wir haben jetzt hier beispielsweise mal so einen Ordner, mal Müll-Kopenhagen. Da ist jetzt schon eine Ordnerstruktur drin, wie ich sie auch anlege. Also ich habe immer einen originalen Ordner. Da sind alle Originale abgelegt, die wir geschossen haben. Manchmal auch unterteilt in EOS und PowerShot, je nachdem mit welcher Kamera. Aber hier sind sie einfach, unabhängig davon, mit welcher Kamera sie geschossen wurden, abgelegt. Und sie sind hier auch im Rohformat. Also wir fotografieren im Rohformat. Das sind also keine JPEG-Dateien. Doch, es sind ein paar JPEG-Dateien dabei von den Handys. Aber das meiste, was wir mit unseren großen Kameras knipsen, ist im Rohformat. Dann habe ich immer einen Arbeitsordner. Da ziehe ich mir, also dieser Originalordner wird nur zur Ablage für Originalfotos verwendet. Danach wird er nicht mehr angefasst. Er wird nicht mehr bearbeitet, sondern ich kopiere mir den und mache ihn dann zu einem Arbeitsordner. Ich ziehe mir das dann auf den jeweiligen Rechner, auf dem ich arbeite, weil es mir von der Cloud-Version manchmal ein bisschen zu lange dauert, die Videos herunterzuziehen. Also ich nehme dann quasi meinen originalen Ordner, kopiere mir den und füge ihn dann auf meiner jeweiligen Festplatte ein. Und der Bilder, das habe ich hier schon mal gemacht, nämlich in Demo-Malmö, damit wir nicht durcheinander kommen. Da habe ich mir den schon mal eingefügt und den benenne ich mir dann um in Arbeitsordner. Damit wir hier nicht durcheinander kommen. Und dann lege ich mir hier auch meistens schon mal einen neuen Ordner an. Der heißt dann Bilder bearbeitet. Und diesen Ordner findet man auch hier auf unserer Cloud. Jeweils den Arbeitsordner und Bilder bearbeitet. Den ziehe ich mir dann dahin wieder zurück, wenn ich fertig bin. Was ich dann mache im Arbeitsordner, ist, dass ich mir quasi die Bilder herausnehme. Ich nehme mir jetzt mal nur ein paar, wo ich weiß, dass ich die bearbeiten will. Ich kopiere mir die mal. Obwohl, nee, das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Also, Entschuldigung, ich war jetzt schon einen Schritt weiter. Das ist das, wie ich Bilder ablege. Und in diesem Bearbeitet-Ordner, da findet man dann nachher auch das, was ich aus diesen... Ah, der hat sich noch nicht synchronisiert. Das läuft noch auf meinem anderen Rechner. Aber das machen wir jetzt. Das muss ich erst noch synchronisieren. Vorfühleffekt. Aber, so, jetzt sind wir beim Thema Foto bearbeiten und Fotos drucken. Ich benutze dafür zwei Programme. Und zwar einmal für die Fotobearbeitung arbeite ich mit Adobe Photoshop Elements 15 aktuell. Das ist in der Version, das ist eine abgespeckte Version, die mir völlig reicht. Die kostet aber auch, ich glaube, 89 Euro irgendwie, was manchmal ist sie auch im Angebot. Und das ist die, das Programm, mit dem ich mich auskenne. Es gibt auch Free-Versionen, Gimple, glaube ich, habe ich x-mal versucht, mich reinzuarbeiten, komme ich nicht mit klar. Aber ich bin halt Photoshop, damit habe ich angefangen. In diesem Programm kenne ich mich aus. Es braucht dieses Programm wahrscheinlich nicht. Also, wenn ihr nicht in Rohformaten fotografiert, könnt ihr gleich auf das Programm wahrscheinlich umswitchen, mit dem ich drucke. Und zwar ist das Foto Escape. Es kann sein, das ist in einer Free-Version. Ihr könnt upgraden, kostenpflichtig auf eine Pro-Version. Ich habe die bisher noch nicht gebraucht. Alles, was ich mache damit, kann ich auch super gut in der Free-Version machen. Die kostet euch also nichts. Und da könnt ihr auch Bilder bearbeiten. Aber wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel raufgehe und zeige euch meinen Bilderordner. Wo habe ich ihn hier? Mein Arbeitsordner. Verflixte Axt. Also, ich habe heute schon einmal auf meinem Rechner ein Programm gestartet. Da hat es mir die, das sah auch ein bisschen anders aus, aber es war auch Foto Escape. Ich dachte erst, das wäre die neue Version. Und da hat es mir quasi diese, die Roh-Version nicht angezeigt. Also, das kann man hier wahrscheinlich auch machen. Nutze ich nicht. Also, mir hat es in dem anderen Programm nur die JPEG-Version angezeigt. Aber, ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche... Ah, ich weiß, was ich hatte. Ich hatte Foto Escape. Und das ist dieses Foto Escape X. Und das scheint also nochmal eine höhere Version zu sein. Vergesst, was ich gesagt habe und was ich euch zeigen wollte. In der Foto Escape-Version kann man keine Rohdateien sich anzeigen lassen. Aber wie gesagt, ich bearbeite meine Rohdateien in Photoshop-Elements. Und das möchte ich euch einmal kurz zeigen. So ein paar Kniffe-Tricks. Das ist hier auch kein Profi. Keine Profi-Anleitung, sondern nur so, wie ich es wirklich mache. Und wie ich damit gut zurechtkomme. Ich ziehe mir also die Fotos, die ich gerne hätte. Jetzt muss ich mal... Ich will sie natürlich nicht kopieren. Ich ziehe mir mal so ein paar der Fotos hier. Die sind nicht klar, sondern die sind tatsächlich neblig. Weil es war neblig an dem Tag. Die ziehe ich mir jetzt hier raus. Und ihr werdet jetzt gleich feststellen, dass er sie nicht umgehend öffnet, sondern er braucht einen Moment. Und das geht hier alles viel fixer. Und das sind ja wie gesagt die Rohdateien. Die markiere ich mir erstmal alle. Und setzen eine automatische Korrektur dagegen. Dann gehe ich meistens und sage so von wegen, ich hätte von der Farbtemperatur das gerne ein bisschen kühler. Ich setze ein bisschen mehr Licht drauf. Das mache ich über alle Bilder. Ein bisschen mehr Weiß, ein bisschen mehr Klarheit. So. Und dann klicke ich mir die einzelnen Bilder durch und entscheide, welches hätte ich denn gerne, welches möchte ich behalten. Bei diesem ist der Farbausschnitt, äh, ist der Ausschnitt ein bisschen größer. Da kommen wir gleich zu. Das ist manchmal ganz nett und wichtig. Hier setzen wir mal ein bisschen mehr Klarheit rein. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit, mit ein bisschen mehr Klarheit. Das nehmen wir weg. Und wenn ich sie jetzt hier entferne, entfernt es sie mir auch im Arbeitsordner. Und deswegen gehe ich grundsätzlich nicht an den Originalordner. Und bearbeite daraus heraus. Und jetzt wähle ich mir ein bisschen was aus. Man merkt, dass mein Mann die Bilder gemacht hat, weil hier ein bisschen Nostalgie dahinter hängt. Das ist nämlich die Ausfahrt von Travemünde auf die Ostsee. Und da geht es nämlich am Priwal vorbei. Und mein Mann hat als Kind auf dem Priwal immer Urlaub gemacht. Und da hängen ein paar Kindheitserinnerungen dran. Ich klicke mich jetzt hier so langsam mal durch die Bilder durch. Das ist die Passat. Die liegt auf dem Priwal. So. Ich denke mal, hier gehe ich nochmal ein bisschen mehr Klarheit rein. Das ist bei Nebelbildern ja immer ein bisschen schwierig. Das nehmen wir nicht. Das ist auch ganz witzig, ne? Aber das brauchen wir jetzt nicht. Dann nehme ich das nämlich raus. Eins von denen wollte ich gerne noch haben. Und jetzt nehme ich auch raus. Das möchte ich auch gerne haben. Da möchte ich euch nämlich gleich noch ein bisschen was in der Fotobearbeitung zeigen. Das ist auch ganz nett. Das geht raus. Das geht raus. Das ist auch witzig, ne? Aber brauchen wir jetzt auch nicht. So. Und die öffne ich mir jetzt. Und das dauert jetzt auch einen kleinen Moment, bis sie alle geöffnet sind. Und dann gehen wir in die Fotobearbeitung. So. Jetzt hat er alle Bilder rübergezogen. Er zeigt mir das letzte an. Ich habe hier unten, kann ich mir alle Bilder abrufen, die ich jetzt ausgewählt habe. Und wir fangen mal mit dem an. Ich kann die Bilder natürlich so lassen vom Ausschnitt her. Ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde das von der Anordnung her nicht optimal. Deswegen schneide ich halt ganz viel zu. Und da ist Photoshop echt für mich. Ach so. Ich habe hier noch das falsche Format eingestellt. Und zwar schneide ich als erstes erst mal im 10x15 Format. schneide ich zu. Das heißt, ich wähle mir hier mal so einen Bildausschnitt. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen was erklären. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir die Horizontlinie gerade ziehe. Also hier ist sicherlich perspektivisch auch noch ein bisschen was drin. Aber ihr seht hier, dass es da einen größeren Abstand hat als da. Das heißt, ich fasse das an und ziehe das ein bisschen gerade. Jetzt war es bald ein bisschen viel. Es ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wackel, wackel. Kommt ganz gut hin. So. Und dann gibt es so etwas, das nennt sich goldener Schnitt. Das ist bei der Malerei, das ist bei Arrangements, das ist in der Fotografie ganz wichtig. Und zwar habe ich hier dieses Auswahlgitter mit den neuen Kästchen. Das heißt, ich habe sowohl horizontal Drittel als auch vertikal Drittel. Und es ist für das Auge optisch immer ganz nett. Wenn man jetzt wie hier ein freies Feld hat und nur ein Objekt hat, dass man das Hauptobjekt so ein bisschen auf diesen Scheitelpunkt im unteren Drittel sowohl horizontal als auch vertikal setzt. Ihr seht, dass es sitzt hier auf dem Scheitelpunkt und damit wirkt ein Bild harmonisch. Jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen hier ausschneiden, dass man den Bildausschnitt ein bisschen verringert. Und dann wirkt es schon gleich mal harmonischer. So. Und das speichere ich mir ab unter Bilder. Und das geht dann in Bilder bearbeitet. Ich lasse den Originaltitel des Bildes und setze mir bloß einen Unterstrich und ein F dahinter. Das heißt für mich, dass es Fotoverhältnis ist. Ich kann hier natürlich auch noch ein bisschen in der Helligkeit arbeiten. Wenn ich jetzt einen anderen Bildausschnitt wähle, dass ich jetzt zum Beispiel sage, so von wegen, ich mache das Boot in die Mitte, wirkt das irgendwie nicht harmonisch. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist schon was dran an diesem goldenen Schnitt. Nehme ich mir das nächste Bild, da habe ich wieder so ein einzelnes Element. Das heißt, ich ziehe mir das auf und setze mir dieses einzelne Element so ein bisschen in die Nähe dieses oberen Drittelschnittpunktes. Zack. Wirkt harmonisch. Ich könnte hier noch die Horizontlinie, aber die wirkt eigentlich schon recht gerade. Und auch da speichere ich mir wieder ab. Unter Bilder bearbeitet. Ach, ich habe es hier als Photoshop Element. Ich muss es aber als JPEG speichern. So. Weil ich will es ja weiter bearbeiten. Das heißt, ich mache das hier mit dem auch nochmal. Schritt zurück. Speichern unter. Und das nehmen wir uns jetzt mal als JPEG. So. Und so arbeite ich mich durch diesen ganzen Ordner. Hier haben wir jetzt etwas. Wir haben so einen Farbton dieses Bildes. Das ist bei Nebel sehr schön. Und wir haben hier unten zwei so farbliche Elemente. Und die sind natürlich ganz nett. Und hier habe ich jetzt, die setze ich mir ins untere Drittel. Und dann habe ich hier noch etwas. Ich habe nämlich hier auch nochmal die Drittel, dass ich hier quasi vom Schiff habe, von der Fähre. Und hier zwei Drittel beinahe Himmel. Das ist auch eine sehr schöne Aufteilung. Macht das Bild gleich ein bisschen interessanter. Man kann das auch noch ein bisschen kleiner ziehen. Dass man jetzt so ein bisschen rüber zieht. da kann man so ein bisschen spielen, wie man sich das einrichtet. jetzt muss ich mal gucken, dass ich im richtigen Ordner lande. Und auch da F Foto-Verhältnis. So, ich wollte euch aber noch ein bisschen was zeigen. Hier ist es natürlich so, den drücke ich jetzt nicht ans rechte Drittel, sondern den würde ich mir in die Mitte setzen. Wirklich auch mit diesen beiden Störern, hatte ich jetzt beinahe gesagt, die schon so ein bisschen die Diagonale bilden. Daneben. Das kann ich mir noch ein bisschen kleiner ziehen. Das ist jetzt nur, da kann man nachher natürlich immer noch so ein bisschen dran rumspielen. So, hier zum Beispiel haben wir den Kirchturm, den wir da hinsetzen können. So in das oberrechte Drittel. Aufpassen, dass man hier so in dem Drittel die Horizontallinie sieht. Also, dass der Horizont, hier ist natürlich auch ein Horizont, aber ich nehme mir diesen harten, das bildet für mich den Horizont, der sollte im unteren Drittel, also am Ende des unteren Drittels sein. Ich kann mir den Kirchturm auch noch ein bisschen weiter da rüber holen, dass man von der Landspitze noch ein bisschen was sieht. Ups, jetzt war ich zu weit drüber gerutscht. So in etwa. Ich speichere mir das jetzt ab, weil meine Aktualisierung im Hintergrund ja noch nicht so gelaufen ist. hier habe ich das Hotel, was ich mir ein bisschen gerade ziehen muss, damit es mir nicht aus dem Bild kippt oder ins Bild rein. Und das setze ich mir jetzt hier in diesen Bereich als Eyecatcher. Und dann habe ich mit dem Bereich hier unten, der auch im Drittel ist, wieder eine Diagonale gebildet. Ich suche aber eigentlich noch ein anderes Bild. Die brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte euch noch was anderes zeigen. Die Passat. Die schneiden wir uns auch nochmal aus. Die kriegen wir jetzt nicht genau auf diesen Scheitelpunkt gesetzt, weil das Bild da drüben sonst nicht rüber reicht. Wir können aber sie so positionieren, dass sie hier in diesen beiden Kästchen sitzt. Und schon passt das auch wieder. Da ist der Fokus dann ein bisschen mehr auf diesen leeren Hafen gerichtet. Bildbearbeitung braucht auch immer ein bisschen länger. Das ist der Fokus dann ein bisschen mehr. Das ist der Fokus dann ein bisschen mehr. Musik 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 Ich denke, ich hatte euch jetzt mal mal so ein bisschen den Zeitraffer mitlaufen lassen, damit ihr einfach mal so ein Gespür davon bekommt, wie man Fotos bearbeitet. Ich glaube, ich würde insgesamt noch ein bisschen in die Helligkeit gehen. Ich könnte jetzt hier quasi sagen, ich kann da natürlich auch den Kontrast ein bisschen mehr anpassen. Aber so funktioniert das schon ganz gut. Was ich euch hier nochmal zeigen wollte, ist, auf diesem Foto ist extrem viel los. Wir haben hier ganz viel Unruhe. Wir haben hier ganz viel Unruhe. Wir haben diesen Kirchturm als ruhenden Pol. Und wir haben noch etwas auf diesem Bild. Das ist ja insgesamt sehr trübe, aber wir haben hier vorne so ein Farbklecks. Wir bezeichnen das gerne als Störer hier bei uns. Also wenn Sven und ich uns über Fotografie unterhalten und über Bildausschnitte, dann taucht ganz gerne mal das Wort Störer auf. Und diesen Störer, den positioniere ich mir jetzt in dieses untere Drittel und den Kirchturm hier auf diese Seite und bilde mir damit wieder so eine Diagonale. Und schon wird der Bildausschnitt gleich ein bisschen gefälliger. Ich kann mir jetzt hier auch, die Wasserkante war mir noch ein bisschen, das stimmte von den Proportionen in der Höhe von dem Drittel zu den zwei Dritteln noch nicht so ganz. Und dann kann ich mir das hinsetzen. Und plötzlich ist immer noch ganz viel los auf dem Bild, aber nicht mehr ganz so viele. Man hat hier so einen Punkt, wo man hinguckt. Und als zweites guckt man hier auf den Kirchturm. Und dadurch, dass die in der Diagonalen sitzen, ist es eigentlich wieder ein bisschen harmonischer. Es ist halt eine Promenade und es ist eine Stadtansicht in dem Sinne. Da ist nun mal viel los. Hafen sind viele Masten und so. Da ist viel los, aber man kriegt dadurch einen Ruhepol rein. Und das war jetzt so das letzte Bild, was ich mal als Tipp mit euch bearbeitet habe. Und das, was ich noch mache, ist, für so Alben wie mein maritimes Mini-Album habe ich ja auch ganz gerne mal ein quadratisches Format. Da kann ich jetzt diese Bilder, die hier immer noch offen sind, die ich schon einmal zugeschnitten habe, schon ausgerichtet habe, weiterverwenden. Ich ändere nur mein Fotoverhältnis und ich gebe hier mal 31 mal 31 Zentimeter ein, weil ich, ihr habt das gesehen im Intro, dass ich auch so ein großes Layout gebastelt habe. Und damit ist man dann in der Größe, ohne dass da, man braucht natürlich eine vernünftige Auflösung, dass es nicht zu sehr pixelt, kann man das dann auch ganz gut ausdrucken, ohne großartigen Qualitätsverlust und als Hintergrund verwenden, weil es halt schon so groß zugeschnitten ist. Und auch da orientiere ich mich wieder hier an diesem Drittel und setze mir das Boot da an den Rand und habe hier ausreichend Platz, also als Scrap Layout, als Hintergrund ist es natürlich auch super geeignet, wenn nicht ganz so viel los ist auf so einem Bild. Ansonsten wird es zu sehr unruhig, aber hier durch diesen Nebel und durch dieses einsame Boot ist das ein perfektes Motiv. Ich kann mir auch gut vorstellen, wir haben von Alaska noch ein Bild vom Meer mit einer Walflosse dabei, da kann man sicherlich auch ganz gut was draus machen. Das ist übrigens eine Idee, auf die hat mich Dani Preuss gebracht und deswegen habe ich das auch mal ausprobiert. Man kann einen A3-Drucker für sowas verwenden, aber da kommen wir gleich noch zu. Und auch diese Bilder speichere ich mir ab. Entschuldigung, da ging jetzt die Ladenglocke, ich warte nämlich noch auf Pakete und meine Technik hat mich ja heute verlassen. Also wo waren wir beim Speichern? Und das bekommt dann das Q statt des Fs und damit weiß ich dann, das ist die quadratische Datei. Und das mache ich natürlich auch mit meinen anderen Bildern. Das würde sich auch super als Hintergrund eignen für so ein Scrapbook Layout. Das ist natürlich das Q und nicht das Ad. Und das mache ich jetzt auch mit den Bildern, die ich gerne im quadratischen Format hätte. Hier verabschiede ich mich von dem Mülleimer, damit ich dann diese Drittelteilung in der Vertikalen behalte. Und den Eyecatcher, nämlich hier diesen Rettungsring. Und habe da dann auch gleich ein schönes quadratisches Format. Ich ersetze das F durch Q. Ups, jetzt bin ich auf eine falsche Taste gekommen. Hier ist es natürlich so, dass dann, da der Rettungsring wirklich das Zentrum des Bildes bildet. So, im Hintergrund klingelt jetzt auch noch mein Telefon, da kann ich jetzt aber leider gerade gar nicht rangehen. So, den Fahnenmast hier unten wollen wir nicht. So, und ich mache jetzt mal hier noch die restlichen Bilder mit fertig. Beziehungsweise, eins hatte ich noch, was ich euch zeigen wollte. Hier zum Beispiel bei der Passat. Die jetzt in ein quadratisches Format zu bringen, das kann man machen, wirkt aber sehr plakativ. Was ich da dann ganz witzig finde, ist, wirklich nur einen Ausschnitt aus dem Bild zu nehmen. Und man erkennt trotzdem noch, halt, der war vielleicht ein bisschen schwach gewählt. Da ist dann jetzt zum Beispiel hier der Name des Schiffes genau auf das Drittel gesetzt. Ich hole das Bild mal ein bisschen rein. Und das ist halt auch mal ein ganz nettes Bild, finde ich. Es muss nicht immer plakativ alles auf einem Bild drauf sein. So, ich mache jetzt hier mal noch ein paar quadratische Bilder fertig, damit ich euch dann gleich nochmal zeigen kann, wie ich dann diese Bilder drucke. Und das ist halt auch mal ein bisschen, wie ich dann hier bin. So, ich denke, ich habe jetzt genug Bilder bearbeitet. Und jetzt gehen wir um das Drucken. Und dafür habe ich das Programm Photoscape X. Wir haben gelernt, ganz wichtig, das X. Da könnt ihr hier natürlich auch die Fotos bearbeiten. Ihr könnt sie sicherlich auch zuschneiden. Damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich benutze diese Programmversion zum Drucken. Und ich habe zwei Drucker. Sie sind eigentlich identisch, aber das eine ist ein DIN A4 Drucker Ich habe jetzt hier den, ich verlinke euch das in der Infobox. Genauso wie das Programm und allem Pipapu. Das findet ihr in der Infobox und auch das Papier, auf dem ich drucke. Ich habe hier den A4 Drucker. Und der druckt mir jetzt hier auch im Hochformat. Der druckt auf 210 mal 297. Das ist das DIN A4 Format. Und er hat einen Randdruck drin. Ich kann allerdings auch, man müsste den auch einstellen können, wenn ich, das ging in der anderen Version etwas einfacher, man kann es auch randlos drucken lassen. Da die meisten von euch aber sicherlich keinen Drucker haben, der randlos druckt, habe ich mir gedacht, ne, wir bleiben hier mal mit dem Rand. Da kann man nämlich auch ganz gut arbeiten. So, und was ich jetzt hier mache, ist, ich öffne mir den Ordner Bilder bearbeitet, wo ich eben meine Bilder abgespeichert habe. Und ich sehe ja hier meine Bilder im Quer- und im quadratischen Format. Und ich suche mir jetzt einfach mal die Bilder raus im Querformat und ziehe mir die mal wahllos hier rüber in das Bearbeiten-Feld. So, und jetzt hätte ich hier quasi ein Foto, was es mir dann auch ausfüllen. Wir sehen das hier in ein DIN A4 Blatt packt. Das wollen wir aber nicht. So große Fotos wollen wir in der Regel nicht. Es sei denn, wir wollen hier ein DIN A4 Layout machen, dann würde ich es aber auch randlos drucken. Das kann man in den Einstellungen des Druckers machen. Da müsst ihr euch mal durchklickern. Aber wie gesagt, randloser Druck haben wir ja alle. Man könnte das auch einpassen, dann nimmt er das, dann druckt er natürlich nicht über das A4 Format. Aber, was ich euch zeigen möchte, ist unterschiedliche Größen. Wir hätten jetzt hier Zellgrößen. Ihr könnt euch im Benutzer definiert, beziehungsweise ihr könnt jetzt hier sagen, 5,6 mal 8,6 Zentimeter. Das sind die, die ich auch den quadratischen Layout aus diesem Thema verwendet habe. Diese Größe. Man könnte auch Hochformat einstellen, dann setzt es das, dann passt es das aber so ein. Das wollen wir ja nicht. Querformat, automatisch drehen. Da könnte man jetzt auswählen, zwischen Hoch- und Querformat, wie man möchte. Erpasst es euch automatisch ein, wenn ihr hier automatisch drehen einsetzt. Ihr könnt aber auch Benutzer definiert reinsetzen. Und da würde ich jetzt, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel 50, das Mini-Album, was ich von Seattle gemacht habe, das habe ich zum Beispiel so gemacht, ist jetzt natürlich doof, weil ich gesagt habe, einpassen. Und ich habe ja als Ausgangssituation, habe ich ja rechteckige Fotos gewählt. Und wenn ich jetzt auf Ausfüllen gehe, nimmt er mir automatisch das Zentrum des Bildes und füllt es mir als quadratisches aus. Das will ich ja nicht, aber deswegen habe ich mir ja auch quadratische Fotos ausgewählt. Darüber könnte man gehen. Man kann aber auch sagen, kacheln. Ich hätte jetzt gerne drei Zeilen, ne, vier Zeilen und drei Spalten. Und dann macht er mir die Fotos und er wählt wieder so ein bisschen das Zentrum. Hier bei dem, mit dem Hotel ist es nicht ganz so gut gewählt. Auf Ausfüllen, Einpassen, macht es mir wieder, dass das das ganze Bild zeigt. Aber ihr hättet dann jetzt hier nicht ganz quadratische Fotos, sondern hier Zellengröße ist dann 64 mal 68 Millimeter. 6,4 mal 6,8 Zentimeter. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, ich nehme ja jetzt mal nur die quadratischen rüber. Deswegen, wie gesagt, bearbeite ich sie mir auch immer noch mal quadratisch, weil ich dann meinen goldenen Schnitt, haben wir ja vorhin gelernt, beibehalte. Jetzt ziehe ich mir die hier rüber. Vorführeffekt. Wollte nicht. Ich habe vorhin mit dem anderen Programm gearbeitet. So. Und jetzt habe ich ja natürlich schon quadratische Bilder und ich könnte jetzt sagen, diese quadratischen Bilder hätte ich jetzt in 5 mal 5 Zentimeter oder aber benutzerdefiniert 55 mal 55. Und dann setzt er mir alle Bilder auf die gleiche Größe. Und das Ganze kann ich dann, wenn ich jetzt auf Drucken gehe, ausdrucken. Und jetzt noch ein kleiner Trick mit meinem Hintergrund, wer in der glücklichen Lage ist, einen A3 Drucker zu haben. So wie ich. Welcher ist es denn hier? Der Papier A3. Die nehme ich mir jetzt mal alle raus hier. Und dann nehme ich mir das Bild, was ich als Hintergrund haben möchte, rüber. Das hat es mir, da waren wir auch alle markiert. Nur das eine möchte ich hier drüben haben. Und dann kann ich natürlich jetzt gehen und sagen, einmal 1. Dann würde es mir das auf komplettes A3 drucken. Ich kann aber auch sagen, Zellengröße, benutzerdefiniert und sage, ich hätte gerne, das ist ja das größtmögliche bei A3, das Quadrat. Mein Bild ist ein bisschen größer. Also nehme ich, damit ich es auch wirklich in der Mitte habe, was hatte ich denn heute aus oder dafür ausgewählt, 2, 8, 5 oder 88. So passt es sich ein. Und das druck ich mir jetzt auf einen DIN A3-Bogen und schneide mir das hier einfach ab. Ach so, ich habe noch was vergessen, euch zu erklären. Also schneide mir das hier einfach ab und klebe mir das dann auf einen 12x12-Bogen und habe einen perfekten Hintergrund für ein Squarebook-Layout. Was ich aber nochmal machen wollte, war, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Und zwar nehmen wir uns dann jetzt mal die anderen quadratischen noch mit dazu. Das ist, wenn man sowas hier zweimal macht. Ich hoffe, es verwirrt euch nicht zu sehr. So. Ich kann hier noch einen Zellenabstand wählen. Ich setze den mal auf 0, damit ihr seht, was ich meine. Wenn ich den auf 0 setze, habt ihr zwischen den einzelnen Bildern keine Abstände. Was ich persönlich sehr gerne mag, ist, dass ich mir Bilder gerne mit einem kleinen weißen Rand zuschneide. und da hat sich bei mir bewährt, weil das auch mit meinem Papierschneider so perfekt funktioniert, dass ich mir hier einen Zeilenabstand oder Zellenabstand von 6 Millimetern auswähle. Das heißt, ich bilde nämlich dann, wenn ich es nachher zuschneide, hier sind 6 Millimeter zwischen den beiden Fotos, die Hälfte sind 3 Millimeter und ich kann mir perfekt, und das blende ich jetzt mal mit ein, mit meinem Papierschneider, wenn ich die Bildkante genau am Ende dieses Feststellbügels positioniere und dann schneide, habe ich genau 3 Millimeter und habe genau den Abstand, den ich brauche für das Bild und dann gehe ich einmal ringsrum um das Bild und schneide mir das perfekt zu und habe auch so den perfekten Rand. Das funktioniert bei meinem Hebelschneider ganz gut. Es gibt auch Hebelschneider, da endet diese Festhalteschiene genau mit mit der Schneidekante. Da müsst ihr mal ein bisschen fummeln, wie ihr das am besten hinbekommt. Und das ist im Prinzip das ganze Zauberwerk. So bilde ich mir dann auch meinen weißen Rand und dann schneide ich das zu und dann habe ich meine Squarebook Layouts. Das heißt, ich brauche keinen separaten Fotodrucker, sondern kann meinen Tintenstrahldrucker weiterverwenden, den ich ohnehin zu Hause habe. Das würde ich jetzt auffüllen, vielleicht nochmal mit einem Doppel von einem Bild oder mit einem anderen Bild. Ich kann jetzt hier ja noch den Schwimmreifen oder den Rettungsring, Entschuldigung, Schwimmreifen ist auch nicht schlecht, dazu nehmen oder da das Bild nochmal und dann auffüllen und je nachdem. Also es ist schon, hängt ein bisschen was an Arbeit da drin, aber ich hoffe, ich konnte es euch damit vermitteln, wie so bei mir die Fotobearbeitung läuft. Da gibt es natürlich viele kleine Details, sei es noch, aber das ist vielleicht als kleiner Überblick schon mal, hilft euch vielleicht schon mal weiter. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt kreativ und ganz viel Spaß beim Squappen eurer Urlaubserinnerungen. Bis dahin, macht's gut und ich sage Tschüss aus Hamburg. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020